Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3237 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Lächle und die Welt lächelt mit dir. Lächeln macht attraktiver, sympathischer und vertrauenswürdiger. Lächle und die Welt lächelt mit dir. Lächeln macht attraktiver, sympathischer und vertrauenswürdiger. Was du von mir verlangst, ist unerhört. Ich werde das auf keinen Fall tun. Was du von mir verlangst, ist unerhört. Ich werde das auf keinen Fall tun. Was du von mir verlangst, ist unerhört. Ich werde das auf keinen Fall tun. Ich warte schon länger im Regen auf Paul. Ich hoffe, er hat unser Treffen nicht vergessen. Ich warte schon länger im Regen auf Paul. Ich hoffe, er hat unser Treffen nicht vergessen. Für längere Strecken nutze ich Bus oder Bahn. Kannst du das bitte noch einmal sagen? Du hast in deiner Ausbildung bei mir viel gelernt. Deshalb hast du auch meine kulinarische Zustimmung für dieses Gericht. Wenn ich auf der Bühne stehe und singe, begeistere ich mein Publikum. Hier ist die Marmelade. Kannst du dir dein Frühstück selbst machen, oder soll ich dir helfen? Endlich habe ich den Job bekommen, den ich mir schon lange gewünscht habe. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir haben alles, was wir uns wünschen. Ich genieße die Stille hier im Pool, schließe die Augen und fange an zu träumen. Ich habe mein Passwort vergessen und kann mich nicht mehr einloggen. Ich habe mein Passwort vergessen und kann mich nicht mehr einloggen. Mit Taucherbrille und Schnorchel erkunde ich die Unterwasserwelt. Mit Taucherbrille und Schnorchel erkunde ich die Unterwasserwelt. Mit Taucherbrille und Schnorchel erkunde ich die Unterwasserwelt. Heute wurde mein Gehalt überwiesen und ich bin direkt einkaufen gegangen. Heute wurde mein Gehalt überwiesen und ich bin direkt einkaufen gegangen. Ich habe wieder so viele Nachrichten bekommen. Ich habe wieder so viele Nachrichten bekommen. Ich habe keine Zeit, alle zu beantworten. Ich bin auf Diät, mein Mittagessen besteht aus einer Tomate und zwei Karotten. Mein Mittagessen besteht aus einer Tomate und zwei Karotten. Meine Einkaufsliste ist auf meinem Smartphone. Habe ich etwas vergessen? Halt mich fest, wenn ich unten ankomme. Halt mich fest, wenn ich unten ankomme. Ein Laufrad hat keine Pedale. Nach dem Studium haben wir einfach unseren Rucksack gepackt, um fremde Länder und Sitten kennen zu lernen. Nach dem Studium haben wir einfach unseren Rucksack gepackt, um fremde Länder und Sitten kennen zu lernen. Warum gehst du jetzt? Wir wollten doch miteinander reden. Warum gehst du jetzt? Wir wollten doch miteinander reden. Warum gehst du jetzt? Wir wollten doch miteinander reden. Warum gehst du jetzt? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren! Und gib uns bitte ein Like! Vielen Dank.